Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ja, was soll ich euch sagen? Normalerweise würde ich ja jetzt ein normales Video hochladen, aber ich schaff's nicht. Also ich krieg's einfach überhaupt nicht hin. Es gab einen privaten Zwischenfall, sag ich jetzt mal, der mich die letzten Tage so ein bisschen mitgenommen hat. Und ich seh mich grad nicht in der Lage, irgendwie ein Video aufzunehmen und versuchen irgendwie da auf Happy Mappy zu machen. Was soll ich euch sagen? Vielleicht erklär ich euch mal in Zukunft, was passiert ist, aber ich will jetzt öffentlich noch nicht drüber reden. Ja, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem freuen auf die nächsten Videos. Mal schauen, vielleicht mach ich morgen wieder ein normales. Bin mal am gucken noch und sonst halt ich euch so ein bisschen am Laufenden. Ja, das war's. Wir sehen uns und bis dann.